Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Drachen Aufstieg von Berg. Es ist eine ganz besondere Folge. Es ist die hundertste Folge. Leider musste ich euch aber mitteilen. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Meine Festplatte ist abgeraucht mit meinen kompletten Daten. Mein PC lässt sich gar nicht mehr starten, weil es ausgerechnet die Windows-Platte war eben auch. Und meine ganzen Thumbnails, die die Vorschaubildchen für YouTube drauf waren. Die fertigen Let's Plays, die ich noch nicht gesichert hatte. Und, 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 und. Ganz viele wichtige Unterlagen und Daten. Alles drauf und wahrscheinlich alles verloren. Zum Glück kann ich gerade über Fabis PC aufnehmen. Vielen Dank dafür an der Stelle. Aber aus Zeitgründen habe ich es nicht mehr geschafft, komplett die ganzen Folgen der letzten Woche durchzugehen für die Grüße. Das tut mir echt richtig leid, was ich sagen möchte. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr. Du hattest mir das geschrieben. Hier ist er dabei. Der schaut immer mit seinem Papa zusammen die Let's Play-Folgen. Das freut mich ganz besonders. Und sein Vater hatte am Dienstag Geburtstag, und auch wenn ich jetzt gerade den Namen nicht weiß, hier schon mal nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und alles, alles, alles Gute. Ihr werdet aber auf jeden Fall, sobald mein PC wieder läuft und ich wieder ein bisschen Luft habe, das heißt, ich rechne eigentlich wirklich nächste Woche Sonntag dann damit, werde ich hier die komplette Grußrunde nachholen, dann von zwei Wochen. Dickes Sorry, dass ich es heute einfach nicht schaffe. Aber ich glaube, da habt ihr auch Verständnis für. So. Ich dachte mir, hundertste Folge, zeige ich einfach nochmal alle meine Drachen. Dann wurde ich nämlich nochmal nachgefragt. So, als Besonderes natürlich ist da ohne Zahn, der uns hoffentlich was mitgebracht hat. Toll, 230.000 Fische. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon am Maximum wären mit unseren 575.000. Ah, hätte er uns nicht Holz mitbringen können. Naja. Gut, also da wäre dann natürlich ohne Zahn hier auf Level 30. Gehen wir auch direkt mal wieder losschicken, denn heute werde ich keinen Raubzug starten. Heute werde ich nur die Drachen zeigen. Hier hätten wir den Hakadu, der mein fleißiger Holzsammler ist auf Berg und mit Level 30 ebenfalls als Fernkampfdrache zu meinem festen Raubzugteam gehört. Ebenso dazu, ja, die Fische gehen jetzt alle ins Leere, aber ist mir gerade egal. Gehört mal Level 24, Valkars Schrecken der Meere. Ebenfalls ein richtig, richtig toller Drachen für Raubzüge und auch zum Sammeln. Genauso im Team. Und einer meiner besten Sammeldrachen ist der Schockrachen auf Level 30. Dann ein weiterer meiner Holzsammler. Der Regenschneider, momentan auf Level 21. Den werde ich aber auf jeden Fall auch mal noch weiter leveln, weil der richtig viel sammeln wird irgendwann mal. Und dann haben wir hier auch schon Sturmfeil. Astrid's Drachen, der sammelt bei mir ebenfalls Holz, ist auf Level 21 und auch der wird ganz, ganz sicher, beziehungsweise sie, wird ganz, ganz sicher weitergelevelt werden. Dann haben wir hier ebenfalls einen Feuersammler. Einen Holzsammler bei mir auf der Insel. Mein Taifumerang, momentan noch nur auf Level 15. Aber den könnten wir eigentlich mal trainieren, sehe ich hier gerade. Machen wir jetzt einfach mal. Auch wenn ich eigentlich 310.000 Holz für die nächste Wikingerkarte hier brauche. Machen wir trotzdem. Dann hier, ebenfalls Fischsammler. Ein tödlicher Natter auf Level 30. Ich finde die tödlichen Natter an sich super, weil die sehr gut sammeln. Und dann haben wir hier, den habe ich jetzt nochmal gelevelt, Sturmschneid. Mittlerweile Level 16. Hier können wir jetzt mal ein bisschen Fische reinbuttern zum Leveln. So, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Platz. Jetzt habe ich Sturmschneid Level 18. Den, den ich auch zum Holz sammeln, bringt mir momentan pro Stunde 1,2k Holz mit. Äh, 11,2k. 1,2k wäre sehr wenig. Dann wird es Zeit, auf die nächste Insel zu gehen. Da habe ich schon seit langer Zeit den riesenhaften Albtraum. Der ist momentan auf Level 24. Den habe ich nicht wirklich weitergelevelt, weil der im Vergleich zu den anderen Drachen, die ich habe, nicht so viel Material mitbringt. Außerdem die schnappende Falle, ebenfalls auf Level 21. Ich finde, die sieht sehr cool aus mit den vielen Köpfen. Hat was. Dann haben wir hier den Schnappelzahn, ebenfalls Level 24. Hat aber momentan Urlaub, muss nichts machen. Ein weiterer tödlicher Natter zum Fische suchen, auch auf 30. Sie sind einfach auch recht günstig zu leveln. Und deswegen level ich die, wenn ich meine Halle wieder aufwerten möchte und mehr höhere Drachen brauche. Da bieten die sich einfach für an. Dann haben wir hier einen weiteren Fischsucher. Und zwar den Glutkessel. Den wir auch mal leveln. Kostet auch jetzt nicht so viel. Und hier hinten noch ganz einsam und alleine. Der wahnsinnige Zipper auf Level 15 momentan. Ich glaube, kann ich noch einen Drachen? Ne, kann ich nicht. Ja, die Akademie muss ich definitiv auch bald mal aufwählen. Denn da kann ich jetzt Drachen. Ab Level 30 kann ich hier drin nicht mehr trainieren. Und dann nehmen wir uns jetzt noch den Hangar vor. Zu guter Letzter habe ich zum Beispiel hier den Kampfkronkel auf Level 18 untergebracht. Den Rauch verschwindenden Qualm nur auf Level 15. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass er so toll wäre. Aber ich habe ihn mal behalten. Da in den Kommentaren geschrieben wurde, hey, den brauchst du noch für eine Quest. Und deswegen habe ich ihn noch nicht zu Fisch verarbeitet. Das klingt jetzt böse. Dann habe ich hier den riesenhaften Albtraum in seiner Kampfversion ebenfalls auf Level 15. Den Rauch verschwindenden Qualm in seiner Kampfform auf Level 12. Der ist so klein. Das ist Wahnsinn. Und dann haben wir hier, ich finde den so putzig das Gesicht, haben wir hier ebenfalls auch noch den Holzklau. Der ist auf Level 12 gerade. Ich habe hier einfach auch viele Drachen. Nicht auf der Insel, weil ich so wenig Platz habe. Muss ich erstmal wieder Steine kaputthauen und Bäume fällen. Außerdem, hier auf Level 12 noch der flüsternde Tod. Ich mag den vom Aussehen überhaupt nicht. Ich habe ihn auch nur behalten, weil da auch in den Kommentaren geschrieben wurde, hey, behalt den lieber mal. Den brauchst du später noch. Deswegen habe ich auch den hier im Hangar. Und der Wechselflügler auf Level 12. Und fragt mich nicht, warum ich den nochmal hier drin habe auf Level 1. Alter, ist das süß. Der ist echt knuffig. Ha, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, das waren dann auch meine Drachen im Hangar. Also, Lieben, ich möchte mich hier nochmal recht herzlich dafür entschuldigen, dass heute die Grüße ausfallen. Aber wie gesagt, ich glaube, ihr habt da echt Verständnis für, dass ich da momentan verdammt viel anderes leider um die Ohren habe. Computerbedingt. Ich hoffe, ihr seid mir da echt nicht böse. Ich hole es alles nach. Ganz, ganz dick versprochen. Und vielen, vielen, vielen Dank für 100 Folgen Treue. Die 100. Folge drachen jetzt schon. Wow, es ist Hammer. Und das, obwohl es nur als angezockt geplant war. Und ja, es wurde einfach so bombastisch gut angenommen, dass ich mir gedacht habe, okay, mache ich es weiter. Und das ist, es ist einfach überwältigend, wie viele Kommentare ihr immer schreibt. Auch da ein dickes Sorry, dass ich da gar nicht mehr zu komme, alle zu lesen oder zu beantworten. Aber damit ihr immer seht, dass ich es wirklich gelesen habe, gebe ich wenigstens ein Like drauf. Also es geht nichts unter, aber ich komme einfach nicht mehr dazu, alles zu beantworten. Da es so viel geworden ist mittlerweile. Ihr seid einfach eine Hammer-Community. Und jetzt habe ich genug geschleimt. Nee, ist aber wirklich mein Ernst. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Treue hier 100 Folgen lang. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag wieder. Dann wahrscheinlich nochmal von Fabis PC. Vielleicht, vielleicht die Donnerstagsfolge schon wieder von meinem PC. Wobei, ich glaube, das klappt noch nicht. Gucken wir einfach mal. Ich halte euch auf dem Laufenden. Einen schönen Sonntag noch und bis dahin.